Wenn wir ganz leise sind und uns in einem Busch verstecken, sehen wir hier den Homo sapiens sapiens, wie er sich eine Waffe zurecht schnitzt. Mit einem Messer. Mal schauen, ob er Angst hat vor meiner Rute! Eija! Eija! Komm! Eiii! Eiii! Komm her du! Hast du Angst? Komm her du! Kämpfe! Komm her! Eiii! Zurück mit dir! Oh oh! Oh oh! Technische Schürigkeiten!